Hallo und herzlich willkommen zurück ja mein Gott was kann ich denn dafür ja tschüss also so er steht mir i had lost he having defeated me had secured his spot on the throne Darkwood was quick to size heisst schreibt man size nicht S I Z E his power i could not have foreseen to corruption to come the kingdom was his and his first order was to have me in prison it the improves on it doch also ich glaube es heißt gefangen his guards let me to the dungeons the dungeons were grausam cool hm 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 das steht hier ich ziehe es jetzt ein iron cake block also gut kommt kommst du ich hier in der kiste war ein eisenblock den habe ich jetzt eingesetzt jetzt ist hier offen gegangen da war vorher noch eine wo du gerade eben reingekommen hast wo wir gerade hergekommen sind ja geil oh ich hasse oh wo ich schlag mich ja nicht hier runter ich sag's dir ich schlag mich ja nicht runter falle das dann gleich die ganze die haben wir ja auch noch mal ich schlag mich ja nicht so dass ich runter falle das dann gleich die ganze die haben wir ja auch noch mal matris schon weg ist du siehst nicht weil wir hier soweit unten sind weil wir so auf bedrock hülsen sieht man ja so wenig ja genau ich weiß ich weiß nur dass ich dann hier wahrscheinlich so ein paar wichtige utensilien verlieren wenn ich jetzt hier ab merkt ihr mal acht eisen sechs stöcke nein er hat ja fertig modus an auch scheiße also wie viel eisen war es eisen und sechs stöcke so müssen sechs sein ja gut ich komme was die mich hat sie hinten runtergefetzt bei dem ein glas teil ja ich bin auch übergläser ich weiß nicht ich bin ziemlich weit hinten glaube ich lol ich kann hier irgendwie voll weit gucken gerade ja dann ist gar nichts mehr schwarz dann ist ein eingang ich glaube das weil ich gestorben bin warte ah da ist ein bett nein ich gehe aus das ist nein also da fliegt dieses ganz am anfang zurück ja dann spring nicht mehr hinterher wenn ich dann drauf stehen also nein scheiße boah ich war ja überall schon das ist ja das blöde das ist ja trotzdem genau gleich viel ich weiß ja ich sehe trotzdem genau gleich wie ich weiß das war ja schon vorhin und hatte ich noch da habe ich noch nicht alles gesehen ja so jetzt bin ich schon wieder hier ich sehe ich nicht so blöd wie der alten adventure maps wo am anfang da gar nicht krautschen durfte ja man ja man ja man checkpoint ich stehe mal kurz auf nacht mit neid ja ich bin ja gerade ja 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 so jetzt ist wieder scheiße 8 eisen 6 stöcke jetzt sehe ich auch nichts mehr nein macht dann aber wieder tag also du kannst einfach nur nicht mit vanilla server umgehen das heißt heim set nein haben wir den letzten sprung noch verkackt ich glaub's nicht hier ja mann ja wo johu johu wirst pro wirst du checkpoint machen wir den checkpoint auf tower checkpoints achso oh cool oh scheiße meine zeit zu dir und dann guckte mir die kappe weiter hochgelatscht da darfst du nicht sprinten doch aber bei dem bei dem jetzt muss springen ja sonst verkackst du hast gesagt dass ich da die spielten gut stehen haha und ließen sich hoch bohr und sind es ich hoffe ich überhaupt noch muss und nicht dass es hier nachher nicht schick mit so ist er als checkpoints super ja ich bin mir leid hoch noch mehr dass da nicht weitergeht weil ich falsch gelatscht bin aber es ist so hier ist aus m unten anfang ja ja dreckiger zieht ja 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 ich nehme nur ein Checkpoint den ich aufgemacht habe so das ist ja falsch Tower Checkpoints hier ich finde es gar nicht so schwer im Moment ich gehe mal drücken dann ohne Sprinten einfach rüber oh da ist die Kiste Puh, jammer ein Checkpoint Ah, der Timer, okay, bis zum nächsten Mal, ciao sag tschüss